advent heißt auch macht die tür endlich auf denn so sicher und fest sind unsere gebäude unsere lebensgebäude ja nicht auch die kirche muss immer wieder erneuert werden bricht immer wieder zusammen ecclesia semper reformanda immer muss die kirche erneuert werden das zeigen uns heute die viertklässler dann gehen wir darüber zum gemeindehaus macht der letzte will die tür zu macht der gar nicht die tür auf Moment, 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 Halt doch nicht die tür auf Advanced partic daylight dann jetzt Ich glaube fest, dass alles anders wird, dass uns die Liebe immer weiter führt. Ich glaube fest an eine neue Sicht, wenn bald im Klaren nicht ein hoffnungsvoller Tag anbringt. Ich glaube fest, dass alles anders wird, dass uns die Liebe immer weiter führt. Ich glaube fest an eine neue Sicht, wenn bald im Klaren nicht ein hoffnungsvoller Tag anbringt.